Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Battle in Aion. Uns ist mal wieder langweilig und wie wir sehen, sehen wir ein nützliches Pferdewesen vermischt mit einem Tigerkopf, das hier gerade in Ruhe graft. Das soll ein Tigerkopf sein. Okay. Wie man hört, ist die Legi, genau, die Lisa auch wieder dabei. Ja, ist immer noch Stufe 43 und legt sich nun mit dem Stufe 53 Hochland-Cuplex an. Nochmal zur Bestätigung, hier könnt ihr es sehen, das Vieh ist wirklich 53 und in der Gruppe, die Lisa Psychopath ist 43. Die Lisa Psychopath, okay. Sie ist kampfbereit, provoziert wieder einen Kampf und möchte sehen, wie lange sie braucht, um dieses Fabelwesen zu vernichten. Ich hoffe dann wieder, dass es eine lange, blutige Schlacht wird, es wird sicherlich spannend. Es sollte nicht viel passieren, wir stehen hier nämlich an einem epischen Tor, wo Wachen uns schützen und die Gegner, naja, eher liebevoll sind. Zu unserem Gegner möchte ich noch sagen, es ist kein Präventiv-Gegner, also es ist eher ein friedlicher Gegner, genauso wie die Lisa. Beide sind liebenswerte Wesen, die sich jetzt ganz doll liebhaben werden. Ich will mich draufsetzen, so zu hier von hinten rammen. Ich habe da gerade nur Widerstand, Schatz. Wie man hört, hat dieser ganze Widerstand und macht den viel wahrscheinlich daran, dass es viele Schaden ist. Wenn ich eingreifen soll, dann sag Bescheid, dann... Hör, grüfe ihn, dann verbleibt er unter uns. Er ist beim Fall in der Schiff. Mach den ein, mach sie mal, mach sie mal, ein, ein Blockenschaden hier. Alter. Und wie man sieht, hat die Lisa das Pferdevieh aus Aya bezwungen. Es ist wieder ein Sieg für Lisa. Für Lisa. Ich würde mal interessieren, was du bei der Weiß-Giecht gemacht hättest. Bei der Weiß-Giecht? Ja. 52 war. Das war wahrscheinlich ohne Widerstand. Und schau, sie ist nur hin. Ja? Was ist nur hin? Jetzt komm mal nicht so nah ran! Was soll denn? Was ist denn los? Da war das. Haha! Au revoir! Sehr episch. Möchtest du mal ein... Hahahaha! 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 Natürlich möchtest du ihr gegen dich machen! Hahahaha! Die Bedürfstung aus. Hahahaha! Nur für euch hier in dieser Folge ziehe ich mich nackig aus. Waaah! Waaah, ich hab einen Griff gemacht! Ey, ich mach den Wäsch-Handwinsch normal zugeklagen! Ich mach den Wäsch-Handwinsch! Ich mach den Wäsch-Handwinsch! Jetzt kriegst du's von mir! Hahahaha! Komm, zieh den Wäsch! Hahahaha! Hey, wo bin dein Wurm hier? Ich verwende keine Fertigkeit! Gut, aber auch nicht. Das war auch keine Trägel, gell? Ich ver- ich verwende gar nichts. Ich verwende gar nichts. Wo bin dein Wäsch-Handwinsch, was sie einfach nur kommt. Tömmert sich nur für ein Wäsch-Handwinsch, wenn du dasst, was siehst du bei dir? Ein Wäsch-Handwinsch! Barsch! We were inadora Ah-Heid-Heid-Heid-Heid! Hier ist dran! Hier ist ein Wäsch-Handwinsch! Hier ist es ein Wäsch-Handwinsch! So ist ein Wäsch-Handwinsch! Zuschlag als, 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 äh, als deine Schwärigkeiten, die du ganz hast. Okay. Soll ich mal fies sein? Nein. Nein. Wo schreit, kann ich den 3 und schreit, weil ich Ferdschler klar riebe, äh, bis zu 65er, äh, 50er, 50er, Jägerhardt. Warte hin. Ah. Haha, geil. Juhu. Juhu. Alter, da hast du voll krass den Pfeil, äh, in deiner Brust gestellt. Ja. Aber geil, gell? Oder Hardcore. Deswegen schieb ich dir den Strauß rosen in deine Maschine. Aber geil. Also, sag mal, ohne in deine Maschine. Sieht ihr den Mist? Und die Patronie rennt dort. Ah, ihr Wichse. Danke, mein Engel. So. Genugend ausgezogen für euch hier. Jetzt könnt ihr euch an anderen Charaktern aufgeilen, ja? Hier, nehmt du zum Beispiel die Brüste von Schatz. Nein, nein! Äh, dann nehmt du die Brüste von dem Vieh hier. Und er guckt böse. Ist ohne Leute. Ich würd grad sagen, komm, ich geh mal mit dem kuscheln, aber der ist ja auch primitiv. Hihihi. Hihihi. Ja, aber mich juckt der ja nicht mehr. Haben letzte Aufmerksamkeit? Für? Für mich? Go, go! Ich muss dich jetzt retten, oder wie? Ja, dann fangen wir an. Pfff. Huh, okay. Ich bin noch ein paar mehr am Arsch jetzt. Hehehe. Hehehe. Das kriegen wir halten. Ich geh im hohen Gras, ich bin das Pokémon. Pokémon! Der Pokémon hat uns nebenbei sogar noch, das ist auch geil. Das ist das falsche Ziel. Huh? Achso, okay. Und ich nebenbei sogar noch, das ist auch geil. Danke. Ah, wenn wir jetzt noch Geld von den Viechern bekommen würden, ey. Was bekommst du nur so von den Viechern? Na ja, Wimmel. Okay. Wui, Pisse. Okay. Wie gesagt, wir wui. Haha. Erstmal alle ein bisschen vergiften. Äh, wo bist du? Ich hab grad wieder ausgeladen. Oh. Du hast aber eine Menge, Freunde. Ich weiß. Oh man, jetzt hast du alle ab. Jetzt wirst du schon weiter. Haha. Wie soll ich überall hinrennen? WTF? Das sieht ja aus. Warte mal. Oh man. Oh ich bin ja jetzt wie bei allen. Leute, kleine 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 Freundchen. Boah, wie bei Jesus Christus. Guck mal. Mann, die anderen sind schon wieder fred. Mensch. Ja, und wenn man sie losführen will, dann wird man sie weg, aber jetzt, wenn man sie anhaben will, dann gehen sie alle gleich wieder weg. Auch komisch, ne? Ja, aber übelts. Haa. Wer ist der Brau? Ich bin der Brau. So Leute. Ich weiss, das war jetzt das total uninteressante Video, aber... Ja, ist die Rolle. Bäh bäh bäh. Egeiall. Ich hab gegen Schatzi gewonnen, also. Es war nicht so interessant. Wir haben ein Duel gemacht. Mit... Merkt euch, jetzt 43er-Klerikern ohne Probleme 65er-Jäger-Blatt-Wache. Haa. Bin hier runtergefallen. Ich komm mit! Ich komm mit! Ich komm mit! Uiii! Oh, hier tut uns ganz schön viel Aufmerksamkeit. Jaaa. 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 Alter. Jaaa. Hast du deine Tage? Jaaa. 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 Cool. Blut aus dem Arsch. Ich hab meine Periode. Haa. Hat sie verbreitet! Jaaa. Oh, schluss. Weiiiite! Haa! Haa! Die Spielwoll! Weitere! 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 Ich muss mir auch wieder direkt die Acken auffallen, weil du dich heilst. Jaa. Jaa. Warte, bist toll. Das ist... Wahaaatzinn. Wah-aazinn. Weil es meinen Schatz wieses und sein. Die Liebe. Die Liebe. Boah! Mann ey! Oh, Mann, demGot ist doch flying Geld. Aw, sind das alles für Geizmuschies ey. Äh, da müssen wir mal oben in die komische Schluchter gehen. Wo wir letztens erst drin waren. Die könnten Geld droppen eigentlich. Werkstrahl. Mitkommen. Ich komme. Obwohl ich glaube, ich bin nicht falsch. Erstmal brechen? Ja. Ich kann mich selbst wieder beleben! Ich darf nichts machen. Ach. Sag ich doch gar nichts! Oh, kommt mal an den Grundschlafter. Hier ist wieder mal 1-4-4. Oh, das ist doch genau so. Die Opus hat mich schon mal eine Sch... Puff. Machen sie die Ballistische Pfeile, werden seine Sonne verlieren. Ich hab' mich total fertig mitgemacht, wo ich noch mit 53 rumgelaufen bin, ey. Ja, genauso wie ich bekomme einen Abyspunkt. Wahnsinn. Oh, ich auch. Apropos. 3.000. 409. Guck mal, 2.000 und 130.000. War mal geil. Wir kommen der Sache näher. War geil. Na gut, wo wollen wir denn? Was wollen wir denn jetzt noch machen? Schau, Schwester ficken. Achso. Der ficken wir nicht. Mit Widerstand. Sie möchte nicht. Es geht nicht von dir. Uns Schwester. Oh ja. Ja. Wir... Ich geh erst mal hoch, oder? Ich werde jetzt erst mal das Sanktum machen. Okay. Und guck mir mal die Stigmas für Clary an. Ich... Ich... Boah, ich bin mit mir entlang gebrochen, Moshi. Ja, bei mir auch. Nein, ich will nicht nachher ran. Haha. Ich... Gehe mit nach Sanktum. Und werde... Mit für dich gucken. Und dann werde ich dich anal verwöhnen. Und Fertigkeiten musst auch gucken. Kann ich trotzdem anal verwöhnen. Ja. Oh mein Gott. Aber erst mal anal verwöhnen. Ja. Ja. Dann gibt es erst mal eine... Anale Thai-Massage. Dann mache ich die Prostata bis zum Gehtnicht. So. Clary, Clary, Priester da. Ich habe Priester gewonnen. Ich durfte ja eigentlich gespriesen sein, oder? Ja. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich 65 geworden bin. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie bei meinem Kriegermeister war. Stimmt, ist auch nicht. Äh, bei meinem Meister. Beermeister. 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 Sei deiner. So. Machen wir mal ansteigen. Hammer. War ich sogar wirklich nicht. 1.606.887 Kina. Wahnsinn. Ich habe gerade 93.396 Kina bezahlt für eine Fertigkeit. Und zwar meine Wiederherstellung 2, die ich schon seit 1 Level hier habe. So. Gucken wo die ist. Da. Und dann kommt sie da hin. Betäubender Schuss. Hup! Was habe ich hier noch? Pfeil das anfährt. Was ist denn das? Schock entfernen. Hammergeil. Genauso wie ich habe hier ein edles Maan, aber ist ja auch ein Geld verfügbar für Stufe 50 oder höher. Haha. Schwächender Pfeil, das sieht gut aus. Welchen Lisse? Oh, das bin ich das erste neueste Team. Ich muss kacken. Oh, darf ich auflecken? Nein. Warum nicht? Ich liebe dich. Ich liebe dich doch auch, mein Schatz. Das war das Ding, was man nicht gucken stimmt. Ich glaube, ich gehe mal zu den Übungszielen und guck mal, wie der schwächende Pfeil aussieht. Na, kacke. Haha. Weiß ich ja nicht, ich muss ja gucken. Hast du gucki, spucki? Ja, mehr, mehr. Hammergeil, hier steht gerade auf dem 43er Kanto. Was soll ich dir mal eine Duellabfrage machen? Haben wir eigentlich schon mal Duell gemacht mit Kanto und Clary? Ne, aber du bist eh ein Level höher als ich. Muss ja nichts heißen, du kannst dich viel besser heilen. Ja, Wahnsinn, du machst aber mehr Damage. Naja. Naja. Das geht. Nicht wirklich viel mehr. Stigmaverkäufer. Lass mich schreien, das war jetzt genau das. Fertsch, Fertsch, genau. Glückwunsch. Aber noch Stigma kann ich nicht bei Erdung kommen. Krieger, Speer, Priester. Das ist ja dann auch du bist. Erdung kann aber sein. Ich hab ja da auch schon lange ich war. Wir haben geguckt bei den normalen Stigma. Ja. So in der Erde. Vertauscht eure aktuelle NTP mit MP. Ah, das hatte ich wahr. Ich muss sagen, das ist der schwächende Fall, der sieht echt cool aus. Okay, das sieht eigentlich halt aus wie so ein Laserstrahl von irgendeinem Raumschiff oder von der Enterprise auch. Braucht er wieder herstellen? Habe ich noch nichts? Ich zieh dich mal mit rein. Warte, plötzlich wieder herrscht um 3, jetzt plötzlich wieder herrscht um 4. Draußen, wenn du das anstattest, ist das schon okay. Ich bin mal bei 2. Bestärkungsvertrag. Das ist doch damals bei diesem Fahrstuhl hier in der Mitte, wenn man unten gewartet hat und sich runtergestellte hat, so wie wir das ja immer machen, ist man wirklich eiskalt von den Dingen abdrückt worden und ist gestorben. Ja, fand ich auch damals. Oh man ey. So, wir brauchen... ich muss dringend hoch auf 46 kommen. So, ich... Ich hab mir jetzt 4 Stigmas geholt. 1 für 46, 1 für 44 und 2 für 43. Ne, 1 für 43 und 1 für 40. Nur zum heilen. Okay... So... Er... Blitzwiederherstellung. Das kommt raus und das kommt rein. Das ist nichts besser. Ich glaube das Imperium empfiehlt sich schon. Prachterwiederherstellung 1 rein. So... Prachterwiederherstellung 2 ist das hier dann. Prachterreinigung. Entfernt alle bis einfach mit Zustand von euch und euren Gruppenmitgliedern. Jep. So... Die kommt da hin. Schatz, mach dich mal fast tot. Ich will die ausprobieren. Haha. Kann man das Duell machen. Ja, aber wir sind nicht unknackt. Naja, stimmt. Naja, ich kann... Ich kann auch den Turm dann runterfallen. Ja. Dann bringe ich mich einfach für dich um. Okay. Das wird doch so rasch schnell gehen. Okay. Das ist schon mein Gruppenmitgliedern. Die ist neu. Die ist schneller. Okay. Na gut, die hat eine Minute abgelegt. Seit Wahnsinn. Ich brauche es wahrscheinlich sehr, sehr viele Wiederherstellungsdinger. Ich brauche es wahrscheinlich fast meine gesamte Leiste voll. Ähm... Was nach Edna? Ähm... Für? Zum Stürzen. Achso. Achso, ja, stimmt. Ich konnte erst wieder benehmen. Ja, stimmt. Komm ich gleich nach. Ich guck mal, was ich hier noch hab. So... Hier noch irgendwas ist. Das liegt wohl. Herrlicher Tag, nicht wahr? Herrlicher Tag, nicht wahr? Pascal hat mich grad über WhatsApp angeschrieben, ob unser TS ein neues Passwort hat. Ich hab ihm das neue Passwort geschickt und hab ihm, naja, und hab ihm gleich gesagt, das muss ihm erklären, wenn er erklärt, wie TS ist. Warum? Warum? Warte mal, wo wir... Ähm... Ach... Aha... User, join your channel. Hallö, lö. Hallö, lö, Pascal. Alls... Wir hatten vor allem Besuch von drei netten... ... ... ...